Oma Fix und das gelbe Band Jane-Cat Walleder Erste ELI-Lektüren Copyright ELI 2013 Das ist Anna. Sie läuft zur Schule. Aber oh weh! Ihre Schultasche ist offen. Ihre Bücher und ihr Bleistift und das Lineal fallen aus ihrer Schultasche. Anna verliert immer ihre Sachen. Der Lehrer ist böse. Schon wieder hat Anna ihr Buch nicht da. Anna, wo ist dein Buch? Du verlierst immer deine Sachen. Ui! Anna sitzt auf der Bank. Sie spricht mit ihrer Freundin, Oma Fix. Anna ist unglücklich, weil ihr Lehrer böse auf sie ist. Mein Lehrer ist böse auf mich. Ich verliere immer meine Sachen. So, so, ist das dort dein Buch? Oma Fix steckt ihre Hand in ihre kleine gelbe Tasche. Was nimmt sie heraus? Oh, ein gelbes Band. Oma Fix legt das gelbe Band in Annas Schultasche. Anna hebt ihr Buch auf. Tschüss, Anna! Danke, Oma Fix. Anna läuft nach Hause. Oh weh, ihre Schultasche ist schon wieder offen. Ihr Bleistift, ihr Buch, ihr Radiergummi und die Stifte fallen heraus. Aber das Band hebt alle Sachen wieder auf und legt sie in die Schultasche zurück. Ich bin ein Stücklein gelbes Band. Ich singe und tanze am Straßenrand. Vernierst du immer deine Sachen. Keine Sorge, lass mich nur machen. Anna ist zu Hause. Ihre Mutter ist sehr zufrieden. Heute ist alles noch da. Sehr gut, Anna. Es ist alles noch da. Am nächsten Morgen legt Anna ihre Sachen in die Schultasche, isst ihr Frühstück und geht zur Schule. Viel Spaß in der Schule, Anna. Tschüss, Mama. Tschüss, Papa. Anna läuft zur Schule. Oh weh, ihre Schultasche ist schon wieder offen. Ihre Bücher und ihr Bleistift und der Radiergummi und das Lineal und die Stifte fallen heraus. Aber das ist nicht schlimm. Das gelbe Band hebt alles wieder auf und legt es in Annas Schultasche. Das gelbe Band hebt nicht nur Annas Schultasche auf, es hebt alle Sachen auf. Oh nein, eine Karotte, ein Drachen, eine Puppe, eine Topfpflanze. Ich bin ein Stücklein gelbes Band. Ich singe und tanze am Straßenrand. Verlierst du immer deine Sachen. Keine Sorge, lass mich nur machen. Oma Fix steckt ihre Hand in ihre kleine gelbe Tasche. Was nimmt sie heraus? Ein Skateboard. Oma Fix fährt los. Jetzt nimmt das Band eine Lampe und eine Uhr und eine Orange und auch einen kleinen Hund. Halt, lass den Hund los. Oma Fix steckt ihre Hand in ihre kleine gelbe Tasche. Was nimmt sie heraus? Ein Fahrrad. Oma Fix fährt los, aber es ist zu spät. Anna ist schon in der Schule. Anna ist im Schulzimmer. Sie blickt auf ihre Schultasche. Annas Freunde blicken auf ihre Schultasche. In der Schultasche sind eine Orange, eine Uhr, eine Lampe, eine Topfpflanze, ein Drachen, eine Puppe, eine Karotte und ein kleiner Hund. Woher kommen diese Sachen? Woher kommen diese Sachen? Was ist in deiner Schultasche? Machst du Recycling? Wie heißt der Hund? Ich weiß es nicht. Der Lehrer kommt in das Schulzimmer. Er ist böse. Die Kinder sind sehr laut. Seid bitte ruhig. Der Lehrer blickt Anna an. Was hast du hinter deinem Rücken? Der kleine Hund springt zum Lehrer. Der Lehrer ist sehr glücklich. Fido, da bist du ja. Sehr gut, Anna. Puh. Denkst du, dass Anna ihre Schultasche heute nach der Schule zumacht?